Liebes Vater, ich wünsche Ihnen beiden weiterhin unerschütterliches Vertrauen zueinander und gegenseitiges Verständnis und nicht nur bei den großen Dingen, sondern vor allem bei den tausend kleinen Dingen des täglichen Lebens immer den richtigen Weg finden. Wir wollen uns neben unseren Verpflichtungen bewusst weiterhin Zeit füreinander nehmen. Zeit nicht zum Zeitvertreib, sondern für interessante Gespräche, zum Verwöhnen, zum Miteinanderlachen, Zeit für Ihre Familie und Freunde, hier und nicht zuletzt um die Wunder unserer Welt zu erkunden. Und wenn Sie sich in Ihrem zukünftigen Eheleben weiterhin gegenseitig Zeit schenken, bedeutet das, dass Ihre Partner sich etwas Besonderes ansehen und man erinnert sich daran, dass die Zuneigung etwas Wertvolles und die Liebe etwas Lebendiges ist.